Ich habe jetzt versucht zu drucken, ich habe es rausschneiden müssen, weil es irgendwie geklemmt hat. Ich habe es jetzt nochmal hier, weil ich hier keine Batterien habe, habe ich dann Strom angeschlossen. Kopie, ja, drucken. Also jetzt nochmal, ich habe es ja schon abgestellt. Also ich habe ja das rausgeholt und habe dann der Seitenlinie den Rest abgeschnitten hier. Das war das hier. Das habe ich pur mit dem hier abgeschnitten. Und jetzt kommt immer noch nichts raus. Ich raste aus. Also irgendwie wird das Ding bei mir nicht so. Sagt mal. Hier. Das wird irgendwie nicht so. Also irgendwie hängt, seht ihr, das fettert sich die ganze Zeit hier auf und will nicht. Also an sich druckt der, aber der hängt sich bei mir die ganze Zeit auf. Das geht die ganze Zeit schon so. Obwohl ich das Band sogar rausgezogen habe und dann mit dem manuell abgeschnitten habe. Da dachte ich so, okay, beim nächsten Druck kommt es automatisch raus. Macht es aber nicht. Das macht es schon wieder nicht. Und beim zweiten, dritten Versuch auch nicht. Das hat man jetzt auch gesehen. Der Druck an sich, wenn er nicht so knittern würde, weil ich es hier rausholen musste, ist eigentlich okay. Ist eigentlich okay. Aber irgendwie regt mich das Gerät ein bisschen auf. Ich probiere es mal weiter. Mal schauen, was ich noch dazu schreibe. Der Druck im Gerd im Gerd im Gerd.